Wenn sie jetzt okay drücken, bestätigen sie, dass sie über 18 Jahre alt sind und sich darüber bewusst sein können, dass in diesem Stream Koks, Alkohol, Nutten, Geschlechtskrankheiten, Drogenhandel, Menschenhandel, Tierhandel, illegaler Handel von anderen üblichen Tierkonsumenten oder weiteren Drogen hier auf diesem Stream vorkommen könnten. Dankeschön. Viel Spaß beim Sprühen. Oh, wow, Alter. Dieser Gott-Dämon kann auch nur, was es sein soll, der passt so zu dir, ne? Ne? Sieht genauso behindert aus, Alter. Aber guck mal, wenn ich auf Auto hilf, Achtung, ich spiel Musik. Geil. Ey, Trommelpeter, gib mir mal einer Mollbe. Und jetzt hast du das vergessen. Warte, warte, noch einen, noch einen. Das ist er. Und schon so in der Schule in Netzwerktechnik sitzt man da und ich dann immer plötzlich so ausmitten aus und ich... Is das, is das, is das Switches? You son of a Switch. Oh mein Gott. Ich weiß, da lachen eigentlich nur Informatiker drüber. Ich bin keiner, oder was? Du hast gelacht. Aber unser Kollege nicht. Also wusste ich, dass es nur einer für stehen wird. Musik Warum? Warum? Wie spanen die dir grad am verlieren waren? Hä? Das hab ich jetzt auch nicht geschnallt. Ich war grad dabei, weißt du, so langsam ins Game zu kommen. Tom, 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 weißt du was dazu schreiben? Sie haben mit EINEM KILL ge- Ja, das ist irgendwie ein Surrender Throw gewesen oder so. Why? Sie haben mit EINEM KILL geführt! So. Fick dich Kopfhörer. Hör auf immer leise zu werden. Ich möchte weiter Zombie-Laut hören. Zombie-Laut. Zombie. Ah. He! 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 Weißt du? Okay, ich weiß. Wie geht's doch, ich kann da nix für. Alles gut, ich weiß was du gemeint hast und ich eck dir immer... Jetzt bin ich tot wegen dir. Wegen mir, ja klar. So, die Mini da hinlegen, da tritt sowieso jeder rein. Wenn man in kleineren Modi die Minen benutzt, da läuft immer einer rein. Und bei der Theorie bleib ich. Sag ich doch. Sag ich doch. Wir übernehmen die Rettungsgapsel. Moin. Komm, ein bisschen spät jetzt, ne? Das kommt am Anfang. Wann sei! Oh shit, da ist ein Loch. Und der Name ist John Cena! Stirbt der da oben gerade? Keine Ahnung. Er hängt im Fahrstuhl fest. Ich hängt im Fahrstuhl. Also hast du, er hat doch gesagt, er hat was Dummes gemacht. Oh, danke. Oh, warte, warte, warte. Ich hole ihn wieder runter, ich hole ihn wieder runter. Nein! Geht nicht! Das kannst du nicht abbrechen, leider. Nein! Scheiße! Das ist zu schade. Warum liegt der eigentlich hier tot? Oh! Alter. Ich werde doch mal hier Spuren hinterlassen. Wait, sorry, 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 sorry. I am sorry. No, I'm lost. Wie heißt der? Fasterino, okay. Wow. Just got tricked, man. Warte mal, das ist die Waldmap. Ja, mit dem Waldmeister. Dich ignoriere ich's. Du bist nicht biologisch abbaubar. Also, um auf die Frage zurückzukommen, worum geht's in diesem Spiel? Eigentlich geht's in diesem Spiel nur darum, mir so viel Angst einzujagen, dass ich auf einem Berg scheiße sitz. Ich habe rechtes, ich schade. Ich habe rechtes. Ich habe rechtes, ich habe rechtes. Ich habe rechtes, ich habe rechtes, weil es nicht so gut verlet辛d sind. Ich habe rechtes.